Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue mir öfter mal ein Tutorial an, sehe dann einen tollen Effekt an einem Bild erklärt und ich denke mir, wow, den probierst du jetzt am eigenen Bild zu Hause. Ich probiere es aus und irgendwie sieht es doof aus. Und ich denke dann, Mensch, was hat der Typ da gezeigt? Und ja, was mache ich dann? Ich überlege, habe ich vielleicht das falsche Ausgangsmaterial, habe ich was falsch gemacht oder war diese Technik einfach nur Käse? Ja, und das gehen wir jetzt einfach mal durch zusammen, was man dagegen tun kann, wenn mal ein Effekt nicht funktioniert. Angenommen, ihr habt ein Tutorial von einem Referenten namens Calvin Hollywood. Der erklärt euch, Leute, wenn ihr einen coolen Kontrastlook wollt, dann legt eine Farbton-Sättigung-Einstellungsebene an, setzt die Füllmethode auf weiches Licht und klickt auf Färben. Und ihr habt da einen richtig coolen Farblook. So, und das probiert ihr jetzt an diesem Bild und ihr denkt, naja, sieht ein bisschen dunkel aus, komisch, also mir gefällt es nicht. Aber an dem Bild von Calvin Hollywood, wo ihr das damals gezeigt habt, da sah das richtig gut aus. Die meisten machen jetzt folgenden Fehler, die sagen, na, doofe Technik, hat nicht geklappt, vergessen wir wieder, gehen wir zum nächsten. Manche probieren dann noch etwas mit den Reglern hier aus, um vielleicht den Effekt zu variieren, weil sie vielleicht ein anderes Bild haben. Und dann gibt es noch welche, die sagen, okay, ich habe das falsche Ausgangsmaterial, nehmen wir ein anderes Bild und probieren da den Effekt nochmal. Warum aber nicht Folgendes machen? Wenn ihr merkt, eine Technik, die ihr irgendwo gezeigt bekommt, die funktioniert nicht, dann fragt euch bitte zuerst, warum funktioniert sie nicht? Hier bei diesem Bildbeispiel funktioniert sie nicht, weil das Ausgangsmaterial scheinbar zu dunkel war. Jetzt nehmen wir das Ganze nochmal zurück und ich möchte euch jetzt das Prinzip erklären, wie man zum Beispiel eine Technik vorbereitet. Und das kann man zum Beispiel so machen, dass ich jetzt die Ebene dupliziere und da ich ja weiß, diese Technik hat nicht funktioniert, weil das Ausgangsbild zu dunkel war, mache ich jetzt folgendes, ich wende hier erstmal für Smartfilter konvertieren an, um daraus ein Smartobjekt zu machen und jetzt wende ich doch einfach mal diesen tiefen Lichter-Dialog an und helle dieses Bild erst einmal auf. Und wenn ich jetzt die gleiche Technik nochmal ansetze mit gedrückter Alt-Taste, klicke ich hier auf die Farbton-Sättigung-Einstellungsebene, wähle hier die Füllmethode Weiches Licht und gehe jetzt wieder erneut auf Einfärben und wähle mir dann hier diesen Farblook aus, dann sehe ich jetzt, hoppla, jetzt sieht es schon viel besser aus. Ich reduziere jetzt noch die Deckkraft dieser Ebene, ich kann auch in den tiefen Lichter-Dialog gehen und da die Einstellung zurücknehmen. Und wenn ich mir jetzt den Vor-Nahre-Vergleich anschaue, ich nehme hier mal noch die Sättigung klein wenig zurück, vorher, nachher, dann muss ich sagen, oh, ist ja doch eine coole Technik. Doch woran hat es gelegen? Ich bekomme es immer sehr oft mit, dass Leute eine Technik ausprobieren, es funktioniert an einem Bild nicht und dann gibt man schnell auf. Man sagt dann, naja, okay, falsches Bild oder Technik ist doof, es funktioniert nicht. Optimal ist es natürlich, wenn man das passende Ausgangsmaterial hat. Aber wenn man es mal nicht hat, dann einfach mal den Schritt weiter denken, dass man sagt, vielleicht kann ich ja mein Bildmaterial, das noch nicht passt, passend machen, indem ich zum Beispiel eine Aufhellung ins Bild bringe. Alle Bilder extra so hell fotografieren, damit später dieser Effekt gut kommt, würde ich nicht tun. Dann würde ich lieber in Photoshop ein klein wenig aufhellen, damit eine andere Technik wiederum greift. Manchmal sind es die Kombination von mehreren Techniken oder mehreren Ebenen oder Werkzeugen, die am Ende dann den Effekt ausmachen. Ja, und in dem Fall haben wir jetzt hier einen schönen Vor- und Nahvergleich, kontrastreich. Es klappt einfach. Und warum hat es geklappt? Weil wir vorher das Bild vorbereitet haben. Aber auch etwas ist das Ding. Aber das ist das Ding. Ja, ich bin ja. Aber auch etwas complètement Ich war immerλοge. Aber ich bin ja nichtños. Ich war über mich also